Warum scheiden die meisten Biäten, obwohl du ausreichend Sport machst und vielleicht sogar noch deine Ernährung trackst und dich gesund und zielorientiert ernährst? Aus meiner über zehnjährigen Erfahrung als Coach, als Fitness- und Ernährungs-Coach habe ich einfach festgestellt, bei einer Vielzahl an meinen Kunden, also ich habe mittlerweile über 600 Kunden betreut und es ergibt sich einfach von diesen Kunden einfach ein Muster. Und ich habe mir einfach überlegt, okay, warum hat der eine so geile Ergebnisse und warum hat der andere nicht so gute Ergebnisse und der eine rackert sich den Arsch ab und der andere macht im Prinzip fast nichts oder nur nebenbei was und hat super gute Ergebnisse. Und das Hauptthema bei den meisten meiner Kunden ist einfach das Mindset, weil sie einfach nicht verstehen, wie ihr Psyche im Hintergrund funktioniert und was das Problem ist eigentlich, warum sie keine Erfolge erzielen. Und das ist das Wichtigste, bevor ich überhaupt eine Diät starte, muss ich mir im Klaren sein, hey, was denke ich einmal von mir selber. Wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz in dir trägst, hey, egal was ich mache, ich nehme sowieso nicht ab, dann werde ich ein Problem bekommen. Und deswegen möchte ich dir jetzt kurz eine coole Kunden-Story erzählen von einem meiner, ja, jetzt mittlerweile besten Kunden, der es anfangs extrem schwer hatte, wirklich gute Erfolge zu erzielen. Der hat nämlich folgendes Problem gehabt. Er war so, dass er im Prinzip gesagt hat, okay, er will abnehmen, er ist zu mir gekommen, er hat von mir einen Trainingsernährungsplan bekommen, ich habe ihm alles gezeigt, die Grundbasis, ja, und er hat trainiert, er hat auf die Ernährung geachtet, aber er hat einfach keine Ergebnisse erzielt. Warum war das so? Weil er den äußeren Reichtum, er war beruflich sehr erfolgreich, er hat fast über 20 Mitarbeiter gehabt, ja, und beruflich eben, ja, mehrere Immobilien besessen, ja, und hat gedacht, sobald er abnimmt, ja, sobald er sein Körperfett reduziert und Gewicht abnimmt, wird er im Äußeren auch ärmer und nimmt ab. Sprich, er hat einen indirekten Glaubenssatz gehabt, dass er gesagt hat, okay, sobald er abnimmt, wird er finanziell ärmer. Und den hätte er selbst nie erkannt. Nur auf Basis meines Wissens bzw. meiner Expertise habe ich diesen Glaubenssatz bei ihm erkannt und auch aufgelöst und habe gesagt, hey, pass auf, wenn du jetzt fit und athletisch wirst, nimmst du nicht ab, sondern habe ihm den Gedanken gepflanzt, er hat dadurch im Prinzip noch mehr Erfolge. Und was war am Schluss, ja, nach drei, vier Monaten, ja, fast keine Ergebnisse oder halt nur moderate Ergebnisse, hat er auf einmal einen Sprung gemacht, ja, von in zwei Monaten fast über zehn Kilo abgenommen, weil er diesen Glaubenssatz in sich nicht mehr gehabt hat. Und das war eigentlich, ja, die Lösung für sein Problem. Schau, das Problem ist, von selber wäre er nie darauf gekommen, dass er im Prinzip so einen versteckten Glaubenssatz hat, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mit einem Experten sprichst, damit er solche, ja, versteckte, blinde Flecken erkennt, damit wir das auflösen können, ja. Und wenn wir das bei dir auflösen können, geht bei dir auch so ein Knopf auf und dann wirst du auch Erfolge erzielen und dann macht das Ganze natürlich auch Spaß. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt wissen willst, wo dein blinde Fleck vielleicht versteckt ist, dann trag dich ganz einfach auf meiner Seite rolandrutter.at ein und wir werden kurz darüber sprechen, wie wir deine blinden Flecken auch auflösen können.